Hallo liebe Finanzmarkt-Welt-Community, mein Name ist Mario Steinrücken, ich bin Trader mit Leib und Seele, Trader mit Leidenschaft, ehemaliger Parkethändler, Spezialist für kurzfristiges Trading und Risikomanagement und ich möchte Sie wieder mitnehmen in die Welt der Chart-Technik. Wir schauen uns den DAX, den S&P 500 Goldpreis, Ölpreis an und gerade an den Aktienmärkten ging es in der letzten Woche wieder deutlich aufwärts, aber weit bzw. viel Potenzial nach oben sehe ich erst einmal nicht mehr. Ich möchte wieder ein paar Trading-Ideen vorstellen und da würde ich sagen, starten wir gleich mit, bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis, mein kleiner YouTube-Kanal steht knapp vor der 3000-Follower-Marke und ich würde mich echt freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, Mario Steinrücken und lernen Sie Trading, darum geht es hauptsächlich in meinem Kanal. Und jetzt gucken wir direkt auf die Märkte und schauen uns an, wie es in der nächsten Woche für DAX und Co. weitergehen könnte. Starten wir wieder mit dem DAX Future, wir sehen ihn auf Stundenbasis und ich habe mal ein kleines bisschen zurückgescrollt nach hinten, dass wir etwas mehr sehen können in der Vergangenheit, aber es geht natürlich auch um die Zukunft. Und zuerst einmal der Blick hier Anfang Juni, das Verlaufshoch im Bereich 12.900 bis 13.000 Punkte, das ist ein langfristiges Widerstandsniveau, da sind wir zuletzt daran gescheitert, nachdem wir diese doch ziemlich deutliche Monsterstrecke hier nach oben gesehen haben. Das war eine dynamische Bewegung, hier so schnelle Geschichten mit Gaps dazwischen, das ist immer ein Zeichen für Dynamik und momentan, hier brauche ich nicht viel zu sagen, das ist seitwärts gerichtet, das ist korrektiv, 80% der Zeit bewegt sich der Markt seitwärts. Das hatten wir zuletzt hier am Anfang April gesehen, da haben wir 37 Tage roundabout für diese Seitwärtsbewegung gebraucht und ich gehe jetzt einmal, es ist ja Sommerflaute, gehe ich davon aus, dass wir bis in den August hinein uns ein bisschen seitwärts bewegen und aus diesem Grund ist das Verlaufshoch hier der Bereich 12.900 bis 13.000 Punkte im nächsten Anlauf für mich wieder ein Shortniveau. Und das könnte tatsächlich in der nächsten Woche, tendenziell irgendwie so ab Mittwoch, Donnerstag, könnte dieses Niveau angelaufen werden und hier werde ich wieder ein Verkaufsorder platzieren, also einen Short-Einstieg. Man darf natürlich das Risikomanagement niemals außer Acht lassen und ganz wichtig, dass hier natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, das ist nur meine Sichtweise auf die Märkte. Ich platziere einen Stop-Loss knapp über der 13.000 Punkte Marke und spekuliere dann darauf, dass wir wieder zurück in diese Range laufen, die sich hier gerade am Ausbilden ist. Und das erste Kursziel liegt so im Bereich 12.200 Punkte, da haben wir nämlich ja momentan auf dem Niveau ist so das größte Handelsvolumen der Seitwärtsbewegung hat hier stattgefunden und das sind dann häufig schöne, zumindest erste Kursziele. Und im weiteren Verlauf haben wir noch den VWAP im Bereich 12.000 und natürlich das große breite Range-Unterstützungsniveau im Bereich 11.600, was auch schon wieder im ersten Anlauf ein mögliches Long-Signal, beziehungsweise ein mögliches Einstiegsniveau darstellt. Dazwischen ist es schwierig mit Einstiegen, da sind wir nämlich innerhalb einer Range, ist es schwierig, beziehungsweise da muss man auch aufpassen, dass man hier mitten im Teich rumstochert. Bei einer Seitwärtsbewegung muss man schauen, dass man eher die Außenkanten erwischt und das wäre hier der nächste Trade im Bereich 12.900 bis 13.000. Das kann dann wieder einige Zeit laufen. Als nächstes schauen wir uns den S&P 500 an und wenn wir hier gucken, da einige, ja oftmals angelaufen, 3.137 bis 3.155, diese Verlaufshoch, sehr markante Nummer. Und zuletzt sind wir von einem Verlaufstief an dieses Verlaufshoch herangelaufen. Das ist dann sehr häufig im ersten Anlauf auch erstmal ein Short-Wert. Allerdings erwarte ich, naja, auch hier insgesamt Seitwärtsbewegung, das heißt hier auch erstmal ein bisschen abprallen und da kommt es jetzt darauf an, ob wir tatsächlich hier nochmal in Richtung 3000 laufen. Ich gehe eher davon aus, Range ist mehr immer seitwärts gerichtet, dass wir hier in den nächsten Tagen erst einmal auf relativ hohem Niveau uns noch bewegen. Vielleicht maximal in dem Bereich 3.075, 3.150 auf der oberen Seite und das wäre dann ein Zeichen, wenn man hier Short ist und der Markt sich hier nur auf hohem Niveau seitwärts bewegt. Da muss man aus der Position aussteigen und eher sich auf der Long-Seite platzieren, denn das wäre ein Zeichen, dass dieser Widerstand nach oben gebrochen wird. Und aufgrund der Tatsache, dass diese Range jetzt ja schon relativ alt ist und wir hier dieses obere Widerstandsniveau mehrfach angetestet haben, da ist ja ein Verkäufer, das sieht man ja. Und irgendwann, entweder ist der Verkäufer fertig oder die Käufer sind einfach so stark, dass sie das überrennen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Verlaufshoch 3.211 bis 3.222, dass das überwunden wird. Deswegen ist das für mich aktuell kein längerfristiges direktes Short-Niveau. Da würde ich erst mal schauen, was passiert, ob wir hier nach oben vielleicht noch so ein bisschen ein leicht höheres Hoch ausbilden. Über 3.300 sehe ich den Markt momentan nicht. Die warten, diese drei recht eng beieinander gestaffelten Widerstände, die könnten hier zu einer Gegenbewegung führen und dann auch im S&P eher Sommerloch weiteres Seitwärtsbewegung auslösen. Und an den markanten Widerständen, da können wir schauen, okay, haben wir so Schatten auf der oberen Seite, die signalisieren, dass die Käufer die Kontrolle verlieren bzw. dass da tatsächlich Verkäufer am Markt sind. Und darauf achten wir und wenn wir sowas sehen, kann man hier auf die Range spekulieren. Im Gold-Future ist es weiterhin sehr, sehr spannend. Wir haben diese lange alte Range, die uns hier jetzt schon einige Monate begleitet. Dann haben wir innerhalb der Range, haben wir so einen Widerstand ausgebildet, 1756 bis 1760 US-Dollar. Da ist der Goldpreis nach oben ausgebrochen und hält sich jetzt weiter auf hohem Niveau, hält sich am Bollwerkswiderstand, 1780 bis 1800 US-Dollar. Das ist weiterhin markanter alter Widerstand. Deswegen muss man sich eigentlich hier neutral positionieren. Jetzt schauen wir mal, wo sind hier Pros und Contras? Wir halten uns auf diesem Niveau, das ist erst einmal ein weiteres Zeichen der Stärke, dass wir von dem Widerstand nicht direkt abverkauft wurden. Die Käufer haben hier momentan noch gute Chancen, den Goldpreis weiter nach oben zu drücken. Was mich ein bisschen irritiert, wir hatten hier einmal die Steilvorlage, haben wir nicht genutzt bzw. haben die Käufer hier nicht nutzen können, um über die 1800er Marke auszubrechen und es kam zu einer ersten Dynamik nach unten, zu einer ersten Verkaufswelle. Die wurde aber auch schon wieder gestoppt. Also wir sehen hier richtig Hauen und Stechen momentan zwischen Käufern und Verkäufern. Wer letztendlich gewinnt, das wissen wir nicht, das ist schwer zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich aber momentan tatsächlich weiterhin eher auf der Long-Seite, dass wir nach oben ausbrechen, einfach weil wir uns hier auf hohem Niveau weiterhin halten. Ein Zeichen der Schwäche, und zwar ein deutliches Zeichen der Schwäche, wäre ein Break, dieser Make-or-Break-Unterstützung. Also wenn wir nach unten laufen, Kurse bei 1750 wären ein schlechtes Zeichen für den Goldpreis. Dann hätten wir nämlich hier, naja möglicherweise einen Fehlausbruch, vom Fehlausbruch kann man noch nicht ganz sprechen. Hier wurde einfach nur dieses Widerstandsniveau angetestet. Aber tendenziell haben wir dann bei dem Bruch der Unterstützung, haben wir Schnellkurse wieder im Bereich 1670, 1690 an der Range-Unterstützung. Und sollte das hier wirklich ein Fehlausbruch gewesen sein, was ich jetzt nicht annehme, dann haben wir auch eher die Wahrscheinlichkeit nochmal auf tiefere Kurse. Aktuell sieht es aber weiter gut aus für die Goldbullen. Jetzt fehlt nur noch, ja, vielleicht war das hier nochmal so ein letztes finales Kraftschöpfen und vielleicht sehen wir schon in der nächsten Woche den Ausbruch nach oben. Schauen wir uns noch den Ölpreis an und das ist eine gefährliche Nummer. Aber ich bleibe trotzdem weiterhin dabei. Wir haben hier dieses Dreier-Widerstandsniveau, ähnlich wie wir es im S&P 500 sehen. 3990 bis 40,5, 41 bis 41,50 und dann 42 bis 42,50. Das erste Niveau, das wurde schon so ein bisschen gekreuzt, das hat jetzt an Relevanz schon ein gutes Stück verloren. Wichtig immer noch 41 bis 41,50 und auch hier müssen wir schauen auf Umkehrsignale, Schatten auf der oberen Seite. Das wäre ein Zeichen dafür, Achtung, das Verlaufshoch wird nicht mehr akzeptiert. Und wenn wir mal gucken, wir haben Verlaufshoch, leicht höheres Hoch, recht deutliche Abwärtsbewegung. Jetzt schleichen wir uns nach oben, hier Überlappung in dem Fraktal. Das Dynamik ist anders. Hier, das, sowas ist dynamisch oder nach unten, das war dynamisch. Dies hier ist so ein Hochgeschleiche. Und das ist kein gutes Zeichen, ist aber auch gefährlich. Denn, was kann hier passieren? Der Markt schleicht weiter nach oben und dann sieht man schon mal einen dynamischen Ausbruch nach oben. Denn wir haben zuletzt die Käufer auch weiterhin mit Stärke gesehen. Verlaufstief, höheres Tief, höheres Tief. Jetzt schleichen wir uns so nach oben. Diese Konstellation mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich mag es, wenn ein Niveau eher erschöpft angelaufen wird, also eher schnell angelaufen wird. Und dann gibt es schöne Gegenbewegung. Wenn wir uns jetzt aber hier rankrebsen und keine, ja, oder die Käufer wieder zu höheren Kursen bereit sind zu kaufen, dann kann es zu einem dynamischen Ausbruch nach oben kommen. Deswegen im Öl unbedingt vorsichtig sein, unbedingt mit Stops arbeiten. Ich sag mal, Kursen im Bereich 43 Dollar und da kannst du dann nochmal richtig Gas geben nach oben. Deswegen, da will ich auf der Short-Seite auf jeden Fall nicht mehr dabei sein. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und schon jetzt einen guten Start in eine neue und erfolgreiche Woche. Vielleicht hat der ein oder andere ja ein bisschen Freizeit, ein bisschen Ferien trotz Corona. Und deswegen genießt einfach die Zeit, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Oder gerne auch dienstags um 9 Uhr auf YouTube immer mein Livestream zum aktuellen Marktgeschehen. Würde mich auch freuen, wenn ihr dabei seid.